Hallo, hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Tina und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich sitze in meinem Minicamper Tuesday, mit dem ich durch Deutschland reise und euch schöne Orte zeige und mein Camper Life. Und heute geht es um Camper Life, nämlich um die Kosten, was denn hier passiert? Um die Kosten im Monat August. Was habe ich ausgegeben? Und ich sage euch gleich, ich bin in meinem Limit geblieben, aber auch nur, weil ich jetzt ja 200 Euro mehr habe im Monat. Aber immerhin. Ja, ich habe im Monat August 1.184,01 Euro ausgegeben. Und ich habe 1.200 Euro ja mir als Limit gesetzt, beziehungsweise habe ich jetzt so zur Verfügung, was immer sicher reinkommt. Ja, und wie setze ich das nun zusammen? Das habe ich euch ja mal ein bisschen aufgeschlüsselt und das sage ich euch auch dieses Mal. Wir haben Nahrung. Für Nahrung habe ich 452,09 Euro ausgegeben. Das ist komplett für mich in Ordnung. Es war auch wieder sehr warm im August. Ich habe also mir wieder ein bisschen mehr Eis geholt und was jetzt schon wieder, wo es kühler ist, eigentlich ein bisschen zurückgegangen ist und ich das gar nicht mehr so esse. Ja, ich hoffe, ihr seht mich jetzt hier so. Anders geht es jetzt hier gerade nicht. Ich habe keinen Platz, wo ich euch sonst gut hinstellen kann. Ja, dann habe ich tanken. Tanken habe ich mir jetzt mal. Ich habe mir Gedanken gemacht und habe mir da auch ein bisschen ein Limit gesetzt. Tanken habe ich das Limit 400 Euro maximal, was ich ausgeben möchte für tanken und ich bin bei 102,48 Euro im Monat August, weil ich einfach gar nicht so weit gefahren bin. Auch zwischendrin die Strecken kurz waren. Ja, dann habe ich Haushalt. Beim Haushalt bin ich bei 15,26 Euro. Da kommt so Zeug rein hier wie Küchentücher, Rasierklingen, was weiß ich, was man so alles braucht. Gefrierbeutel habe ich gekauft. Ja, Küchentücher hier, so eine Zebra-Rollen, wisst ihr. So was kommt da rein. Dann haben wir Kleidung. Kleidung ist ganz schön reingekracht. Das waren 301,74 Euro. Ich habe ganz schön viele Klamotten gekauft, aber eine davon ist meine Latzhose und die war das eigentliche teure an der Sache, aber für die hatte ich schon gespart. Also die habe ich mir einfach geleistet diesen Monat. So, dann habe ich mir noch verschiedene Schlüppis gekauft, weil ich ja gesagt habe, ich will mindestens 40 Stück haben und da bin ich an dem Punkt, na nee, ich habe jetzt auch heute wieder oder gestern habe ich wieder vier Stück gekauft. Muss das noch ein bisschen aufstocken. Ich hatte ja nur irgendwie 28 oder 29. Also ich möchte mindestens für einen Monat haben und dann noch ein paar Tage Luft, dass ich einmal im Monat, wenn ich jetzt keine andere so viel Wäsche habe, waschen gehen kann. Mit T-Shirts kommt das gut hin, mit Leggings auch und so, aber eben Schlüppis sind das eigentliche Ding, weil ich die eben täglich auch wechsle. Ja, das ist der Plan dahinter und deswegen müssen noch ein paar einziehen. Was ich auch noch gekauft habe, waren hier super Sneakersocken. Dann habe ich mir die Stiefel ja gekauft. Meine grünen Stiefel waren ja kaputt und ich habe mir dann die, naja, rostfarbenen jetzt gekauft. Ja, ein T-Shirt ist da noch mit drin gewesen, eine Leggings. Ja, sowas halt. Also das ist okay. Kann man machen. Kann man mal machen. So, dann kommt Sonstiges. Ich muss einfach mal noch eine Rubrik dazu einführen. Ich habe ja noch einen anderen Satz mir festgesetzt und zwar 200 Euro für Stellplätze. So, da werde ich zwischen Sprit und Stellplätze immer ein bisschen hin und her switchen. Also, dass ich 600 Euro für diese ganzen Sachen da zur Verfügung habe. 200 Euro für Stellplätze im Monat, damit ich auch mal, sag wir mal, da zähle ich auch mit rein, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Treffen fahre, auf Messen fahre und so weiter. So, das habe ich jetzt hier bei Sonstiges drin. Sonstiges an sich sind in diesem Monat 227,80. Da ist das Parken schon mit drin. Ansonsten ist eigentlich gar nicht so viel anderes hier drin. Die Sticker hatte ich geholt, eben mal Porto bezahlt. Ja, Porto, Sticker. Eine Briefmarke und eine Kleiderbox habe ich für hier unten noch geholt. Da habe ich was umgeändert. Da bin ich aber noch nicht ganz zufrieden. Aber die war jetzt, die habe ich beim Aldi geholt in dem Bühlkasten. So, ansonsten ist das wirklich jetzt Übernachtung und Tickets. Sind hier Tickets schon mit bei? Ne, da war ich noch nicht auf der Messe. So, also ich habe dabei, sag ich euch auch, den Van Side Pass habe ich ja gekauft. Habe ich überlegt, aber der lohnt sich schon mit sechs Übernachtungen. Und ich habe ja ein ganzes Jahr Zeit. Also wenn ich zehn Übernachtungen habe, habe ich den schon genutzt. Der kostet 179 Euro und den habe ich im August bezahlt, Anfang August. Ja, mit den Van Side Pass, das ist immer so eine Sache. Man muss sich da einfach bei den meisten vorher anmelden. Das ist das eine. Und ich weiß dann immer nicht, ja, wo bin ich denn jetzt? Wo ende ich denn jetzt da? Ne? Da muss man wirklich, das kann man wirklich nur nutzen, wenn man das wirklich vorbucht. Dann habe ich geguckt, hier in meiner Gegend Brandenburg, wo ich jetzt unterwegs war, waren gar nicht viele. Da konnte ich gar nicht nutzen. Und die da waren, die hatten keinen Schatten. Ging für mich jetzt im August auch nicht. So, und dann kam dazu, dass ich, ja, dass auf den meisten war nur ein Platz. Und wenn man den bucht, ist man dort auch wieder alleine. Und das wollte ich ja genau nie. Ich wollte ja in Gemeinschaft stehen. So, dass das bis jetzt mit dem Van Side noch nie geklappt hat. Es gibt aber welche, wo auch mehrere sind, wo Campingplätze mitmachen und so. Das ist möglich. Das habe ich gesehen. Hier auch in Werder hätte ich den nutzen können, den Campingplatz. Der ist auch bei Van Side dabei. Also das wird schon noch. Da berichte ich euch dann drüber. Ich muss ja auch nicht hetzen. Und bei den Messen, wie gesagt, habe ich ja dann immer Übernachtung da. So, 18 Euro hatte ich also dabei für den Campingplatz oder beziehungsweise den Stellplatz in Brandenburg. Und 10 Euro waren Parken, Easy Park in Wusterhausen-Dosse. Das habt ihr noch gar nicht gesehen, weil das Video ist noch nie raus. Aber die 18 Euro in Brandenburg, das habt ihr schon gesehen. Da habe ich euch den Platz auch vorgestellt. Ja, das ist also Übernachtung. Da habe ich jetzt eben den Van Side Pass mit drin. Und dadurch ist das diesen Monat auch mehr. Ansonsten wäre es jetzt gar nicht so viel. Da hatte ich zwei Übernachtungen letztendlich dabei. Und dann gibt es ja noch die Fixkosten. Das waren in diesem Monat 84,64. Und zwar ist da die Internetflat dabei. Dann ist da dabei meine Kontoführungsgebühr und die DB-Karte. Die 49 Euro Ticket habe ich immer noch. So, ich habe es einfach behalten. Ich habe es auch genutzt. Wo habe ich das jetzt genutzt? Ach, wo ich bei der Messe war. Da habe ich es genutzt. Da bin ich mehrmals durch die Stadt gefahren. Es lohnt sich trotzdem nie. Ich habe keine 49 Euro verfahren im Monat. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich schon gerade nicht wirklich die Motivation, das zu kündigen. Das wären 49 Euro, die ich eben einsparen könnte. Aber andererseits ist das so schön einfach. Man muss sich nirgendwo drum kümmern, wie, was man bezahlen muss, welcher Tarif, welche Zone. Man fährt einfach los und hat das Ticket. Das ist schon irgendwie was Schönes. Ja, schauen wir mal. Ich habe es im September ja auch nochmal bezahlt. Kann ich euch schon mal spoilern. Ja, so, das, also ich bin zufrieden. Ich habe sogar noch was, was ich jetzt wegbacken konnte. Ne? Das ist gut. Ja, ihr seht also, ich habe mal hier einen Monat mein Limit eingehalten. Wie war denn das letzte Monat? Da war ich drüber. Gab es überhaupt schon mal Monat? Ja, ich habe schon mal mein Limit eingehalten hier im Juni. Ja, ich hatte auch sonst jetzt keine Fixkosten. Das ist natürlich ohne, wenn jetzt irgendwas dazukommt. Nach dem September kommen auch wieder Fixkosten dazu. Oder wenn die Versicherung fürs Auto fällig ist, dann ist natürlich auch gleich viel mehr. Aber es war jetzt mal nichts und das ist auch schön, mal so einen Monat zu haben. So, das war es zu den Kosten. Ich will es gar nicht so lang halten. Ich erzähle ja in dem Video immer noch was, weil sonst wird es hier noch neun Minuten oder nicht mehr Video. Das macht auch keinen Sinn, euch so kurz was reinzustellen und deswegen suche ich mir immer ein Thema aus. Ihr könnt mir auch mal Themen schreiben, die euch interessieren, die ich dann mit in dieses Video nehmen kann. Ja, als erstes wollte ich mich mal bedanken für eure vielen lieben Nachrichten, die ihr mir schickt, für eure Tipps und natürlich auch für so viele neue Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Ja, haben wir jetzt schon die 2300 geknackt. Da freue ich mich natürlich mega drüber. Ja, was ich mir ausgesucht habe, ist mal so zu sagen, so ein Resümee zu sehen, der Berlingo als Camper. Ich habe jetzt den kurzen hier auch. Also ich habe nicht den Maxi, den gibt es auch als Maxi und ich würde euch auch empfehlen, den Maxi zu nehmen. Das schon mal vorab. Wie ist der Berlingo, der Zitronen-Berlingo als Camper? Also sagen wir mal so, im Großen und Ganzen bin ich mit ihm zufrieden. Es gibt aber ein paar Dinge, die ich heute anders machen würde. Und das Wichtigste ist, ich würde keine Limousine mehr nehmen. Ich würde einen Kasten nehmen und dort mir Campingfenster reinschneiden, also Löcher reinschneiden und dort Campingfenster reinsetzen. Weil die Fenster sind das eigentliche Manko, was jetzt hier ist. Auch wenn ihr, wenn ihr zum Beispiel den mit der, es gibt den mit aufklappbarer Heckscheibe, wenn ihr den bekommt, dann wäre das vielleicht auch noch eine Option. Aber dann müsst ihr auch Mückenschutz vorbasteln. Aber zumindest hättet ihr dann eine Lüftung hier drin. Das Problem ist eben wirklich, dass man den nicht wirklich lüften kann. Warum habe ich keinen Kasten damals genommen? Ich habe das eigentlich auf dem Schirm gehabt. Ich habe den nicht genommen, weil der immer auf der Beifahrerseite die Tür hat und auf der Fahrerseite haben die meistens keine Tür. Ich habe fast keinen gefunden, der beide Türen hat. Das ist das große Problem bei den Kästen, weil die natürlich für Handwerker gebaut sind und die brauchen nur den Ausstieg auf dem Bürgersteig und der ist in Deutschland halt auf der Beifahrerseite. Das wäre aber für euch überhaupt kein Thema. Das war auch für mich nicht ausschlaggebend, dass der zwei Seiten haben muss. Für mich war aber ausschlaggebend, da das der kurze ist, dass der den Ausstieg hinter dem Fahrersitz hat, also praktisch britisch auf der linken Seite. Was natürlich meistens nicht der Fall war und deswegen habe ich keinen gefunden. Dieses Problem habt ihr A nicht, wenn ihr einen längeren nehmt, also einen Maxi, dann ist es egal, weil ihr erreicht hinten mit dem Platz fürs Bett. Ihr könnt dort ein 2 Meter Bett reinbauen. Mein Bett ist jetzt 2 Meter 10, das ist für mich genau richtig, weil ihr müsst halt berechnen, dass ihr im ausgestreckten Zustand bei oder schlafen bei Bauchlage definitiv mal länger seid. Das müsst ihr messen halt. Ja und dann kommt noch der Mückenschutz hier hinten dazu, der euch auch ein Mittelplatz jetzt so wegnimmt. Ja, also das müsst ihr bedenken, wie lang seid ihr wirklich? Seid ihr kürzer wie 1,70? Weil das Bett hier wäre jetzt nur 1,70? Seid ihr kürzer? Spielt das für euch auch keine Rolle? Könnt ihr das nehmen? Weil ich musste halt und das ist der Fakt gewesen, ich wollte ja den Berlingo haben, den gibt es auch, den Renault, der ist auch so gebaut. Da kann man den Beifahrersitz, die Lehne komplett runterklappen. Das war meine Wahl des Autos, weil ich das wollte, damit ich das Bett da vorbauen kann. Das braucht ihr wiederum überhaupt nicht, wenn ihr den Maxi nehmt. Und mit dem Bett dort hinten reicht mit den 2 Metern. Dann braucht ihr das ja nicht. Dann kann euch das egal sein. Ich habe aber gar kein Maxi bekommen. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich gesucht habe, gab es die sowieso kaum. Es war kein Maxi zum vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis zu bekommen und auch kein Kasten mit einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Deswegen habe ich den genommen. Wenn ihr also kürzer seid oder ein Maxi habt, spielt es für euch keine Rolle. Würde ich euch empfehlen, einen Kasten zu nehmen, damit ihr ins Fenster reinmachen könnt. Ja, das ging mir bei mir ja nun nicht, weil ich halt 1,80 Meter groß bin und ein Bett wollte, was über 2 Meter ist. Deswegen musste ich diesen umklappbaren Sitz haben, damit ich nach vorne bauen kann. Und auch den Einstieg, die Schiebetür, also hinterm Fahrer. Warum? Weil der Fahrer, also die Fahrerrückenlehne geht nicht runter. Ja, jetzt sind wir mal schon wieder auf Handy-Mode, weil die Kamera, die ist schon wieder überhitzt. So, also ich brauchte, also wo bin ich stehen geblieben? Ihr kommt dann, wenn ihr den umklappen wollt, kommt ihr aufs Lenkrad und dann fängt das an zu hupen. Das ist jetzt ohne Sinn, der Sache nachts war. Und deswegen musste ich den Einstieg hinterm Fahrer haben, hinterm Fahrersitz, weil mein Bett hier drüben ja ist und ich hier nicht reinkomme. Und hinten ist es auch ziemlich mit der Klappe sowieso blöd, wenn ihr die zumachen wollt. Wenn ihr Türen habt, ist es nochmal was anderes. So, jetzt mal die Frage, Klappe oder Türen. Das muss jeder für sich entscheiden. Es hat alles seine Vorteile. Vorher habe ich immer gedacht, naja gut, was sollst du mit der Klappe eigentlich? Hätte ich gerne Türen gehabt und hätte ich sie bekommen, hätte ich auch Türen gekauft. Eine mit Türen hinten, weil ich das schön finde. Man kann nur eine halbe aufmachen und die andere halbe kann man zulassen. Man hat dann weniger Luft drin. Aber ja, genauso gut kann man sagen, die Klappe kann man hoch machen und kann drunter stehen, wenn es regnet. Auch ein Vorteil. Ein Vorteil, den ihr hättet, wenn ihr ein Maxi habt, ist, dass ihr euch so ein Hochdach, hier so ein Aufstelldach aufbasteln lassen könnt. Die gibt es momentan für den Berlingo nur für den Maxi, nicht für den kurzen. Das könntet ihr dann in Erwägung ziehen, wenn ihr ein Maxi habt. Was man beachten muss, ist auf alle Fälle, und das wird sicher auch bei anderen Modellen gehen, ich muss immer rein, das Auto komplett von innen verschließen, damit die Fahrertür zu ist. Und dann erst wieder raus und andere Türen offen. Und die Fahrertür muss zu bleiben, weil ansonsten zieht er wirklich ganz schön viel und ganz schnell Strom weg von der Starterbatterie. Und das ist nicht gut. Also Fahrertür immer geschlossen. Ja. So. Das war's eigentlich, was ich hier zur Türsähe zu sagen habe. Also ich sage mal, man kann auch dauerhaft in ihm wohnen, das ist gar kein Problem, weil das ist ja eine Sache von euren Bedürfnissen und wie ihr beweglich seid und wie groß ihr seid, wie schlank ihr seid. Das ist alles, das spielt ja alles eine Rolle. Das muss jeder für sich sehen, ob er in so einem kleinen Auto halt klarkommt. Aber man kann definitiv drin wohnen. Es wohnt sich hier gar nicht schlecht. Man muss sich ein kleines Bett bauen und man muss halt immer alles hin und her räumen. Aber das ist so. Das bleibt nie aus. Aber wer das nicht scheut, der kann hier ein super schönes Kämpferchen haben. Und ein kleines, wo ihr überall stehen könnt, wo ihr überall hinpasst, wo ihr überall hinfahren könnt. Ja. Also ich bin da sehr zufrieden. Klar, wenn ihr ein Maxi nehmt, könnt ihr dann auch noch besser, sag mal, diese Seite hier ausnutzen, wo ich jetzt hier die Küche habe. Das wäre dann 30 Zentimeter länger und das wäre dann eben sozusagen, dass die Kochgelegenheit, die ich jetzt nicht fest verbaut habe, weil ich den Platz dafür nicht habe, weil hier drunter ja meine Heizung ist und mein Wasser. Ja. Und das Kochen ging hier einfach nicht mehr hin. Ja. Das hat man dann eben noch, wenn man 30 Zentimeter mehr hat. Oh, hört ihr, wie das pfeift hier. Jetzt kommt der Wind wieder. Es ist die Sonne weg. Ja gut, ich werde jetzt hier aufhören. Das ist also in meinem Plädoyer jetzt hier für den Berlingo gewesen. Wenn ihr da noch dazu Fragen habt oder ich jetzt hier irgendwas vergessen habe, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Dann kann ich das vielleicht im anderen Video nochmal aufgreifen. Ansonsten war es das für dieses Video. Das war meine Kostenaufstellung und ein kleines Thema. Ja, ich habe, ich sammle immer mal so ein Themen, die ich euch dann hier so sagen kann. Ja. Und das war es für dieses Video. Danke, dass ihr dabei wart. Danke auch für eure lieben Likes und Kommentare. Es freut mich immer sehr, wenn ihr hier mit bei mir dabei seid, auch bei den Reisen und wenn euch die Ausfliege gefallen oder die Städte, die ich jetzt zeige und die Orte und auch meine Messe- und Reisevideos und Camperlife-Videos. Ja, das freut mich, dass wir auch schon zu viel geworden sind. Ja, danke, danke, danke. Und meine Unterstützer Links, das steht alles unten in der Infobox. Ihr kriegt sowieso alle Informationen, mache ich euch unten in der Infobox rein, wenn ich da irgendwas für euch habe. Ja, bis zum nächsten Mal. Eure Tina. 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 Untertitelung des ZDF, 2020